Ich bin Dustin Stolzfuss zusammen hier mit Tugan Ringe aus Speyer. Heute zeigt er uns einen Übergang zum Beinangriff. Wir sind hier mit einem Sieggriff. Das ist eine ganz lockere Sache mit einer Ohrfeige. Ich zeige das erst einmal ohne Mann. Das ist eine ganz schnelle Bewegung. Dann schlüpfen und wieder aufschätzt. Ich schliebe nur ganz kurz den Boden. Eins und drei. Noch einmal von der Seite. So wie man sieht, man verlagert das Gewicht auf diese Seite und geht dann runter aufs Knie. Es springt dann sofort wieder hoch. Das heißt, wir landen in einer Single Leg Position. Wir können ihn wieder wechseln auf dem Doppelbeinangriff. Hier weitermachen auf dem Single Leg oder hochgehen zum Körper. Da haben wir ganz viele Optionen. Wir konzentrieren uns aber noch auf den Übergang. Wenn wir hier sind in MMA, da haben wir auch Knie und Ellbogen. Wir bewegen uns hier dynamisch und dann wir lösen uns kurz. Muss nicht viel sein. Es kann nur hier gelöst werden. Und dann schlagen wir mit diesem Teil der Hand hier. Hier. Dann leicht wieder hochgehen. Single Leg, Double Leg. Oder packen und heben. Nochmal. So, von hier. Beschäftigen, beschäftigen. Kurz wirfen. Und hier rein kommen. Das können wir auch von der mittleren Distanz machen. Wir sind hier. Und wir schlagen diesmal. Diesmal so richtig mit dem Schlag. Und dann runter. Das Gewicht wird verlagert auf das andere Bein. Knie auf den Boden. Kopf enden. Und sofort wieder hoch. Bein angehen. Okay. Das war's für heute. Danke zu hören. Und es geht aus. Danke fürs Zuschauen. Abonniere uns für mehr Kampfsportvideos. Klick auf die Glocke und schreib in den Kommentar, was du gern in weiteren Videos sehen würdest. Bis nächstes Mal.